Ah, ich glaube wir müssen die Linien doch anpassen. So, die Spur geht hier hin. Das ist überhaupt nicht verwirrend dann, weil der muss ja auch hier hin. Halt, die ist falsch. Das ist falsch. Kann ich hier hin. Ach, vergiss es. Keine Ahnung. Ich fürchte, da können wir keine Linien machen, ohne dass es irgendwie zu kompletten Verwirrungen wird. Weil die müssen an die Linie hier hin. Warte mal was. Die fahren ja sowieso noch irgendwie. Du fass bitte nur hier hin und hier hin. Wir lassen die einfach. Alter, der Storz. Hier kann man mal welche machen. Okay. 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 Oh ja, hier müssen wir auch wieder machen. weil es hier ein bisschen schwieriger sein wird es passt war doch nicht so schlimm wie ich befürchte passt naja stimmt da fehlt noch eine linie was soll diese scheiße schmeißen wir uns da direkt raus gleich was gibt es eigentlich noch? Gitter hätten wir... vollständig abgefüllt Dekorfliesen, Asphalt, Gehweg, Gras, Kies ok aber dem hier irgendwie ist das falsch das ist ja verkehrt 0,5 93 3 gehört da her und da gehört 0,5 genau passt nö passt nicht und zwar diese linie hier ist nicht richtig jetzt passt es fertig und es staut massivst hier ich bin mir doch nicht ganz so sicher ob die Ampel hier die richtige Idee ist wir schalten sie mal aus das sind jede Menge Abbieger hier vielleicht sollten wir denen hier Vorrang geben die haben Vorrang, Idioten schön wie sie wollt dann kriegt sie ihre Wartepflicht jetzt staut sie erstmal massiv natürlich aber das wird sich noch legen irgendwann hier haben wir auch massiven Stau Junge, Junge, Junge das funktioniert ja so gar nicht dabei ist sie schon eine vierspurige Straße was wollt sie denn? ok, jetzt löst sich hier dann mal der Stau auf dann wird sich auch hier langsamer der Stau auflösen und hier wird dann auch der Stau verschwinden und hier wird dann auch der Stau verschwinden aber hier kommt einfach so viel verkehr die ganze Zeit das ist wenn wir hier die Beschränkung auf 60 machen wir müssen ein bisschen langsamer fahren hier und hier wird es potenziell ein bisschen mehr Rückstau geben vielleicht aber können die vielleicht eher fahren oder auch nicht ok, das funktioniert nicht andere Idee andere Idee andere Idee 2 lane highway ne ne ganz normal 1 lane 1 lane ähm einfach nicht 2 das ist wenn besser hoffe ich zumindest ganz sicher bin ich mir noch nicht ob das besser ist aber aber es ist einmal Grasverkehr ok Nummer 1 du bist nur zum Abbiegen und du bist nur zum Weiterfahren und du darfst nur hierhin fahren mal schauen ob das hilft alle die geradeaus weiter wollen müssen es dann spätestens hier wissen du gehst nur da hin und du gehst nur da hin ich glaube da möchte er abbiegen ok ok er müsste es halt schon vorher wissen wo du hinfahren willst damit sie nicht zu dem Stau kommt ok irgendetwas bugt hier rum ok jetzt geht's überlegt überlegt euch vorher wo sie hinfahren wollt Spurwechsel danach ist nichts ok der D-Stau hat sich mal aufgelöst mal schauen vielleicht kann der Kreisverkehr das Problem jetzt lösen hier vor allem wer hier schon klar ist wer links fährt fährt da auf jeden Fall weiter oder dreht um und wer rechts fährt fährt auf die Autobahn oh mein Gott funktioniert schon besser die Leute sind ein bisschen krank Gesundheitswesen ist schwach alles klar dann machen wir hier ein oh ne sind wir noch auf Anarchie ok so krankenhaus passt hier grad nirgendwo hin ok machen wir es hier hin was haben wir hier und puh sorry ok ok so was werden wir auch noch mit Hochhäuser genau wir werden gleich ein paar Hochhäuser einfach rein machen so schaut's aus das Gebiet hier soll Hochhäuser werden oder dichter werden schauen wir mal was sie da aufbauen mhm schau interessant aus auf jeden Fall oh und das steht auch gleich in Flammen nein habt ihr eine Feuerwehr hier nein ok schlecht aber das ist auch keine Feuerwehr außerdem aber sie haben trotzdem keine hier gut Feuerwehr dahin Arztpraxis ja kommt halt hier hin Polizei kommt hier hin dann haben wir ein paar Einsatzkräfte zur Verfügung die machen wir halt hier ein bisschen Dreck leider da hat's noch Platz und hier noch einen Park ok ok die Stadt möchte wieder weiter wachsen offensichtlich wir haben zu wenig Bestattung Friedhofsauslastung ist auch schon ziemlich hoch mehr Krematorien hm wo bauen wir hier welche hin Boah und es staut wieder massiv hier ok geht aber sehr viel Verkehr aber es geht oh die Industrie hier ist auch schon auf Stufe 3 angewachsen der geht's ziemlich gut offensichtlich aber es mangelt immer noch an Arbeitskräften an gut ausgebildeten Arbeitskräften vor den Grundschulen haben wir überhaupt keine Reichweite dann brauchen wir noch mehr ok Budget dann wäre die Schulen ein bisschen mehr Budget zuweisen so 10% mehr Budget für die Schulen heißt mehr Leute in die Schulen ahja Campusgeländer könnte man dann auch bauen Berufsschule Geisteswissenschaften was gibt's hier Universität Sport Museen ok das werden wir dann vielleicht auch mal bauen um die Bildung in unserer Stadt zu erhöhen ah oh da haben wir ein bisschen ein paar überzogen ok das müssen wir jetzt so mitnehmen oh shit 35 Minuten schon das heißt das ziehen wir jetzt durch machen und machen zwei draußen und es staut immer noch so stark hier Leute was macht's ihr ok die wollen hier in die Gegend ins Industriegebiet einfach wir haben hier schon eine vierspurige vielleicht sollten wir oder so du kannst hier hin fahren ne du werden nur zum Moment rein du darfst auch hier hin das heißt du hier hin und du hier und hier hin und du hier und hier hin so machen wir das mal vielleicht belegen sie dann drei Spuren drei Spuren können wieder ein bisschen mehr Verkehr aufnehmen nachdem wohin die alle wollen die stehen aber trotzdem alle irgendwie auf der zweiten Spur die ganze Zeit dann werden wir hier die Autobahn auf eine vierte Spur erweitern es lohnt sich sogar hier wenn wir das machen Blödsinn hier müssen wir das voll machen stimmt hier müssen sie ja dreispurig bleiben eigentlich aber egal du bist die Abfahrt du gehst hier und hier hin 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 das ganze neu nein was war denn das jetzt alles löschen danke und hier hin ja trotzdem massiver Stau naja eigentlich können wir ja das hier genauso zur Autobahn machen du gehst da hin und du da hin du da und da du hier und hier hier oh mein Gott so viel Stau ist doch irre Upgrade jetzt passt nämlich hier die Mathematik der Linien auch besser drei von hier drei von hier einer von hier macht vier wichtig ist dass die Spur wechseln dürfen hier soll also nichts bearbeitet werden hier soll also nichts bearbeitet werden wahrscheinlich werden wir vorher keinen Zugriff drauf gehabt haben hier vielleicht geht es mal hier 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 immer fette stadie hier kommen auch massiv viele fahrzeuge das hier zur autobahn machen du fährst hier hin du fährst hier und hier hin du fährst hier du fährst hier nicht hin du bist die abwege spur wobei ne es ist vielleicht nicht so gut wenn wir zu viele leute auf einer spur fahrsten mehr möglichkeiten hier haben desto eher funktioniert das ganze sind wir das müssen wir eh nochmal löschen und schauen dass wir da eine bessere anbindung machen besser mal ein fehler stromproblem stromproblem wasser problem die feuerwehr hat kein wasser super das ist auch besonders gut ok kein stromproblem mehr vorerst zumindest das hält erstmal wieder oh die saufen hier schon ziemlich das wasser weg hm wir könnten ja von hier wasser abzapfen auch in zukunft aber das ist schon nötig ja ein bisserl ein bisserl schon ja neue wasserversorgung hier ah ja und schon steigt es hier wieder ein bisserl weil die schon wieder weniger wegsaufen ah der arbeitet tatsächlich ein bisserl aber Freunde das war es jetzt wieder für diesen Part ich bedanke mich wieder fürs zuschauen und sage bis zum nächsten mal ciao 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 ciao